Stella Stegmann möchte eines Tages Kinder, trotz Polybeziehung. Seit ihrer Teilnahme bei Too Hot to Handle Germany ist das Model mit Anna Striegel zusammen. Sie führen aber eine polygame Beziehung, können also auch andere Partner haben. Das hindert die Influencerin aber nicht daran, an die Zukunftsplanung zu denken. Stella würde nämlich mit diesem Beziehungsmodell gerne eines Tages eine Familie gründen, wie sie erzählt. Klar, man kann ein Kind adoptieren, was ich tatsächlich auch eine richtig schöne Option finde. Oder man überlegt sich halt, ob man in einer Polybeziehung eben auch noch eine Person hat, eine männliche Person, die vielleicht da involviert sein möchte. Am liebsten möchte sie ein eigenes Kind bekommen. Aber auch das hält sie sich total offen. Aber wie das Ganze dann konkret aussehen wird, sehen wir dann in ein paar Jahren, wie sich alles so entwickelt. Aber ich finde, man kann auf jeden Fall in einer Poly oder in einer offenen Beziehung auch eine Familie gründen. Vielleicht ist ja auch ihre Freundin Anna die perfekte Partnerin für Stella, um zusammen Nachwuchs zu bekommen.